Der Trend zum Stroheinsatz in der Schweinehaltung schreitet voran. Mit der neuen Strohmatic Light hat Schauer Agrotronik eine effiziente und kostengünstige Einstreutechnik entwickelt, die am Betrieb der Familie Holzinger in Oberösterreich im Einsatz ist und für eine artgerechte Tierhaltung sorgt. Ja, grüß euch. Ich bin Herbert Holzinger. Ich habe letztes Jahr einen neuen Tierwollungsmaststahl gebaut und habe den jetzt seit Oktober im Betrieb. Wir sind sehr froh darüber, dass das so gut funktioniert. Wir haben da 460 Mastschweine stehen und der Innenbereich ist eingestrahlt mit Stroh. Und am Anfang natürlich haben wir das bei Hand gemacht, haben da gemilchte Stroh verwendet. Ja, das war natürlich ein gewisser Arbeitsaufwand. Und ja, was uns schon aufgefallen ist dann relativ schnell, ist die Staubbelastung relativ hoch geworden. Da sind wir dann auf die Firma Schauer gekommen und die haben da so ein neues System, die Strohmatic Light. Dort wird dann das Stroh entstaubt und eben dann über ein Kettenfördersystem in den Stroh eingeführt hat. Und da haben wir jetzt nicht wirklich schlagartig feststellen können, aber wir haben jetzt die Anlage drei Wochen im Betrieb, dass die Staubbelastung da stark nachgelassen hat und sind da voll begeistert, dass das einfach so toll funktioniert. Mit dem neuen Strohmatic Light Ballenauflöser wird gemulchtes oder kurzgeschnittenes Stroh in Großballen aufgelöst. Eine Strohmühle ist nicht notwendig. Der neue Strohmatic Light Stroh Ballenauflöser kann einfach mit einem Traktor oder Hoflader befüllt werden. Der Vorlagerbunker wird seitlich komplett geöffnet, der Ballen abgelegt und die Schnüre entfernt. Ein Kratzboden fördert das Stroh nach vorne, wo es in eine Kettenförderanlage übergeben wird. Dabei wird der Staub abgesaugt und zwischengelagert. Die zum Patent angemeldete Entstaubungseinrichtung sondert effektiv einen hohen Staubanteil ab. Das automatisch entstaubte Stroh mit einer Faserlänge von bis zu 8 cm wird mit der Kettenanlage in den Stall befördert. Auf Knopfdruck werden die Zwischenbehälter geöffnet und entleert. Rohdosiervorgang und Behälter können 15 Liter gemulchtes und entstaubtes Stroh abgeworfen oder die Dosierer mit neuem Beschäftigungsmaterial befüllt werden. Die Schweine freuen sich über die nächste Portion frisches Stroh. Bei leeren Buchten werden die Zwischenbehälter gesperrt. Nach dem Schließen aller Behälter kann erneut befüllt werden. Die Schweine bei den Holzengers haben auch immer das richtige und frische Futter, mit CCM versteht sich. Die Spotmix-Multiphasenfütterung mischt alle Komponenten täglich nach Futterkurve pro bucht und verteilt es zu den drei mit CCM-Futterautomaten. Diese können problemlos Futtermischungen mit CCM oder Maiskorn-Silage ausdosieren. Durch eine Auslauftür gelangen die Schweine in den perforierten Auslauf, wann und wie oft sie wollen. Kurtens schützen vor Wind und können auch geöffnet werden. Eine automatisch gesteuerte Unterflurschrapper-Entmistung sorgt für eine gute Luft und weniger Emissionen. Mehr Erfolg, weniger Arbeit und mehr Tierwohl. Stromatik Light beschleunigt den Erfolg in der tierfreundlichen Schweinehaltung. Das Entstrahlen mit der Stromatik Light funktioniert wirklich problemlos. Das kurzgeschnittene Stroh wird entstaubt und somit hat sich auch die Staubbelastung in unserem Stall wesentlich verringert. Und noch dazu, da sparen wir sich eine Menge an Arbeitszeit. So macht Tierwohl wirklich Spaß. Und noch dazu, da sparen wir sich eine Menge an einem Shipw рассchlaسمiger. So macht es das Ding, da sparen wir nicht. Und noch dazu, da sparen wir nicht. Und das ist das, was wir nicht immer noch an, was wir nicht verringen. Vielen Dank.